so bin jetzt wieder angekommen hier straße 17 juni und davon ist ja wie die absperrung hinten befindet sich ja denn die mahnwache also ich bin gleich da heute soll ja hier die 1200 trucker ankommen und jetzt bin ich halt straße des 17 juni der hat ja vorhin geredet im bundestag aber da kam auch bloß bla 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 raus und dann will eine bauer ein bauern soli einführen irgendwie er hat nicht verstanden normal aber sind jetzt auch schon wieder ein paar mehr geworden ja ich glaube ich halte mein telefon ein bisschen schräg egal genau und heute soll hier eine kundgebung sein oder demo oder also soll ja schon irgendwo die sternfahrt gewesen sein heute weiß nicht aber so nach und nach wird es ja voller und kommen ein paar mehr leute hier her genau so jetzt bin ich hier an der straße des 17 juni wisst ihr jetzt wie es jetzt aussieht hier haben wir halt gleich schluss hier werden sie mit essen versorgt und alles frisch angekommen hier teilweise sind es auch schon ein paar tage da hallo und hier ist russische meer werden mal naja hier könnt ihr jetzt sehen wie es jetzt live aussieht hier auf der der straße des 17 juni das anbordt was heute noch so ansteht werde ich ja jetzt dann erfahren hier sind schon wieder ein paar traker also immer nur die zugmaschinen aber doch hier hinten sind doch im ganzen angekommen ach da bist du hi tschüss